Was ist in meinem Herzen wirklich tief verankert, diese Partnerschaft? Und diese, wenn ich dränge, 3. Oktober, da denke ich an die Verbindung nach Jena, muss ich sagen. Und ich denke, eine Partnerschaft, die kann man nicht verordnen, die kann man nicht verschreiben und die kann man auch nicht erzwingen. Die muss sich entwickeln und die muss gelebt werden können. Also mir war das sogar davor noch gar nicht bekannt mit der Partnerschaft, mit den Städtepartnerschaften. Ich war so, okay, klingt erstmal cool, was hat denn das für einen Hintergrund? Aber von der Idee war ich relativ schnell begeistert. Ich meine, wir haben uns gegenseitig besucht, ja, und da ist ja alles privat gelaufen und fotografisch. Die Themen waren alle fällig. Also, aber Augenhöhe, denke schon. Also ich habe mich da nicht so gefühlt, als würden die uns jetzt belehren wollen oder sagen wollen, hier macht nicht, macht dieses und jenes, macht nicht die gleichen Fehler wie wir oder das müsst ihr besser machen oder so. Also sowas gab es nicht. Aber irgendwo von der Lebensart, also nicht nur von den Würsten oder den Fränkischen und den Rostern und was wir alles haben, aber auch von der Lebensart. Also ich muss sagen, ich fühle mich einfach immer wohl. Gefühlt ist es zwar schon sehr lange her, aber trotzdem ist man irgendwie noch Ossi geblieben in vielen Dingen. Vielleicht gibt es irgendwann einen gemeinsamen Menschen. Ich denke, Jena hat riesige Fortschritte gemacht. Also es riecht nicht mehr nach Braunkohle. Man kann in der Saale baden und so weiter. Es gibt, ich finde, keine Unterschiede mehr heute. Und ich finde, miteinander reden, zuhören, vor allen Dingen auch zuhören, den anderen ernst nehmen, nach seinen Sorgen fragen. Ja, der Sport bringt halt immer Leute zusammen, die sonst vielleicht gar nichts miteinander zu tun hätten, die man sonst eigentlich nie kennengelernt hätte, weil sie vielleicht in ganz anderen sozialen Schichten unterwegs sind. Ich habe den Begriff tatsächlich von einer Bekannten gelernt. Der heißt Ossi-Miliert. Und wenn man den mit einem Augenzwinkern sagt, finde ich den eigentlich auch ganz nett. Also ich sage immer, ich bin eine Ossi-Milierte-Fränkin und komme aus Jena. Und ja, ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder hinreisen und finde es einfach eine schöne Option, auch dies so aufrecht zu erhalten, wirklich. Deswegen sind diese Städtepartnerschaften oder diese Städtepartnerschaft zwischen Jena und Erlang so wichtig. Und das nehmen jetzt viele vielleicht gar nicht ernst, besonders bei uns im Alter, was ich aber auch schade finde. Deswegen sollte man das definitiv ernster nehmen, um dieses Ost-West-Denken einfach irgendwie aus den Köpfen zu bekommen. Wir haben ja viele Städtepartnerschaften, die auch dann bearbeitet werden müssen. Und Erlang ist aber die intensivste, weil dort die menschlichen Kontakte so tief verwurzelt sind, dass man das nicht mehr, das kann man mit anderen Partnerschaften nicht vergleichen. Wir profitieren voneinander, gegenseitig. Und das finde ich auch wichtig, diesen Austausch voneinander lernen. Ja, also ich bin ja immer Zeitungsleserin gewesen. Und dann hat man natürlich auch verfolgt, ja 1987, Jena sollte eine Partnerschaft eingehen. Erlang, ja da schaut man dann mal, wo liegt Erlang auf der Karte. Und das hat man aufgenommen und hatte Hoffnung, was wird sich ändern, was wird sich ergeben. Und dann geht der Alltag wieder los. Also ich denke, es war ein Brief, wo wir verwundert waren, dass jemand eben aus Erlang mit uns Kontakt aufnehmen. Da haben wir uns natürlich gefreut. Und wir waren ja damals auch alle sehr erfinderisch und ja, wie machen wir das denn? Die wollen uns besuchen und hat dann jeder im Prinzip jemanden eingeladen. Also Privateinladungen waren irgendwie möglich und das hat dann jeder angemeldet. Die waren, glaube ich, zweimal da. Einmal so eine kleinere Gruppe und dann eben hatten wir uns ja auch zum Konzert und Tanz eigentlich eingeladen. Die waren dann in Göschwitz, in das Kulturhaus Alexander Nexö, aber die wussten nicht, wie das eigentlich ist. Also, dass sie eigentlich Privatpersonen sind und wir haben auch nicht dran gedacht. Die sind mit Instrumenten losgefahren und da wurden die natürlich an der Grenze aufmerksam. Und dann haben wir gesagt, wieso mit Instrumenten, Privateinladung? Und dann haben die auch noch erzählt, sie treten da auf und da war die Sache eigentlich gegessen. Also, sie kamen dann erst mal nicht rechtzeitig an, weil sie aufgehalten worden sind. Die Instrumente wurden an der Grenze abgenommen und dann mussten wir uns rechtfertigen, noch an dem Abend vor der Veranstaltung, wieso hier Leute aus Erlangen auftreten wollen, was nicht angemeldet ist. Also, es war kein offizieller Erlangen-Jena-Austausch, es war einfach privat. Am Abend konnten sie mittanzen. Wir hatten als Veranstalter dann im Nachhinein eine Ordnungsstrafe bekommen und eben auch diese ganzen Eintragungen und Ermahnungen, es nicht wieder zu tun. Und wir haben den Kontakt dann weiter erhalten und gestärkt durch dieses Erlebnis ja dann trotzdem weiter als Privatperson zu unseren Tanzhausfesten oder nach Leipzig waren sie auch zum Tanzhausfesten eingeladen. Und mit der Wende, dann haben wir dann gegenseitig sozusagen, uns dorfen wir dann ja auch nach Erlangen. Wir haben uns nicht als Vermittler gefühlt hier oder als Besserwessi, um denen zu sagen, wie es geht. Wir sind hierher gekommen, haben uns einfach informiert, haben Material mitgebracht, nicht nur die technischen Geschichten, auch andere. Wir wollten einfach wissen, wie die damit umgehen, wie die das anpacken und haben von unserer Seite erzählt. Aber wir haben keine praktischen Ratschläge gegeben und gesagt, so müsst ihr das machen. Das, was man dem normalen Besserwessi eben unterstellt, dass er alles besser weiß. Das ist bei den Leuten, die sich in solchen, nicht Gremien, sondern in solchen Bewegungen beschäftigen, die haben keinen Hang zur Überheblichkeit oder zum Besserwissertum. Ansonsten war das eher auch eine Begegnung, sag ich mal, von Gleichgesinnten, von Freunden. So haben wir uns eigentlich von Anfang an verstanden und auch gefühlt. Und es gibt unter diesen damaligen Begegnungen, also Leuten, die sich begegnet, sind auch immer noch anhaltende Freundschaften in verschiedenster Form. Also das weiß ich. Insofern war es, glaube ich, das Persönliche, dass jemanden so kennenzulernen, aus dem anderen Teil Deutschlands intensiver als eigentlich die Arbeit oder das, was wir tatsächlich dort wollten. Zunächst mal ist es ja so, dass die beiden Städte Erlangen und Jena recht vergleichbar sind, wenn man sich so die Eckdaten anguckt. Also Einwohnerzahl um die 100.000. Es gibt zwei große Firmen jeweils, die das Stadtbild geprägt haben, also Siemens und eben die Optik in Jena, das heißt Schott und so was. Es gibt zwei große Universitäten, die auch, glaube ich, bekannt sind. Und man würde erst mal auf den ersten Blick denken, okay, das sind zwei ganz, ganz gleiche Städte. Und auf den zweiten Blick merkt man, okay, die haben mal in völlig verschiedenen Welten gelebt. Also da gab es mal eine Mauer dazwischen. Das waren zwei verschiedene Systeme. Und die Wahrscheinlichkeit, von Jena nach Erlangen zu fahren, die war ungefähr so wahrscheinlich, wie von Jena auf den Mond zu fahren, für den Normalsterblichen. Und das ist was, was für mich heute, wenn ich bedenke, dass ich mit einem Thüringen-Ticket quasi fast da hinfahren kann, mit einem Regionalexpress, einfach so, das ist für mich schwer vorstellbar. Ich bin nach Erlangen gekommen, habe mich eigentlich ein bisschen heimisch fast gefühlt. Irgendwie von der Stadtgestaltung fand ich, war es sehr ähnlich wie Jena sogar, würde ich fast behaupten. Auch, ja, wir sind dort einfach auch mal durch irgendwelche Gassen geschlendert und haben ein Eis gegessen. Und ich habe mich irgendwie trotzdem wie schon zu Hause gefühlt. Ich kann gar nicht erklären, woran das lag. Aber es war einfach ein sehr schönes Gefühl. Und diese, ja, eventuellen Vorteile, die man hatte, dass man so ein bisschen von oben herab vielleicht gesehen wird, das war ja überhaupt nicht so. Also im Gegenteil, ich fand, es waren einfach alle sehr froh, dass man da war, dass dieser Austausch stattfindet. Und das war auf jeden Fall eine Begegnung auf Augenhöhe. Und was ich dann nachher auch erst erfahren hatte, war, dass diese Partnerschaft ja wirklich schon zu DDR-Zeiten quasi angestrebt wurde. Irgendwann auch umgesetzt wurde. Und dann natürlich nach der Wiedervereinigung erst wieder aufgelebt ist oder so richtig ausgelebt werden konnte. Das fand ich auch als Schülerin schon spannend, einfach diese Geschichten erst mal. Wie kommt es zu so einer Partnerschaft? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und vor allen Dingen, ich muss immer wieder sagen, was mich einfach begeistert hat, waren die Menschen drüben, die einfach mit angepackt haben. Also mich hat das erinnert an meine Kindheit in den 50er Jahren, als in der Nachkriegszeit unser Vater den Betrieb hier nach seiner Rückkehr aus dem Krieg wieder aufgebaut hat. Und die Mitarbeiter einfach die Ärmel hochgekrempelt haben, gesagt haben, komm, wo packen wir an. Und das Gleiche haben wir in Thüringen erlebt. Dass da mit Erlangen eine Partnerschaft besteht, das wusste ich auch, nämlich besonders von meiner Mutter, weil sie damals ja auch in der DDR aufgewachsen ist und man dann nach der Wende immer mal von Jena nach Erlangen gegangen ist. Das weiß ich von ihr und auch von meinen Großeltern dementsprechend. Ja, also deswegen war mir schon bewusst, dass wir da eine Partnerschaft haben. Und ich habe das in der Schule erzählt, wir werden nach Jena ziehen und da gab es eine ganz lustige Situation auf einem Schulfest. Da wurde meine Mutter oder meine Eltern, glaube ich, beide angesprochen von Freunden und die haben dann so Sachen gesagt wie, naja, habt ihr da keine Angst vor der Sprachbarriere? Das ist auch so weit weg. Und die Petra, die muss dann da auch in die Schule gehen. Und die waren natürlich total verwirrt. Und meine Mutter hat gesagt, naja, wieso so anders ist das da doch nicht? Und da ist ja die Schule auch ganz ähnlich wie bei uns. Und es hat sich dann im Gespräch quasi herauskristallisiert, dass die Leute verstanden haben, dass wir nach China ziehen, weil das Wort Jena ihnen offenbar nichts gesagt hat. Das war eine sehr, sehr lustige Situation dann am Ende auf diesem Schulfest. Hat sich dann aufgeklärt, aber es hat gedauert, bis klar wurde, worüber jeweils gesprochen wurde. Also was man da sieht, ist, für die Leute war es quasi vorstellbarer, dass man aus Erlangen nach China zieht, als dass man nach Thüringen zieht. Das finde ich spannend. Während das hier, als wir dann hier in Jena waren, konnten die Leute durchaus mit dem Begriff Erlangen was anfangen. Also die wussten, wo das liegt und was das ist. Und das ging dann weiter mit Frauen. Ja, wie ist das? Die Frauen im Osten, ja, die leben doch ganz anders. Ihr seid alle so, ihr habt alle gearbeitet. Und die Kinder in den Kindereinrichtungen, sagt uns doch mal, wie ist das bei euch? Erklärt uns das doch mal. Und so sind wir dann auch in Austausch gekommen mit Frauen über die Stadtratsfraktionen in Erlangen, dass wir dann eben gesagt haben, ja, wir besuchen euch. Und da sind wir auch ganz herzlich aufgenommen worden. Wir haben privat gewohnt. Wir sind gut versorgt worden. Wir haben eigentlich kaum Geld gebraucht, um irgendwas auszugeben, weil alle uns so herzlich empfangen haben und auch für uns da waren. Da hat jeder so eine persönliche Partnerschaft zu übernommen. Sie schlafen bei mir und du schläfst auch da und so weiter. Und das hat sich teilweise bis heute erhalten. Und begeisternd war einfach, wie auch dort die Leute, die haben sogar ihre Familien mit dazu genommen und haben, was weiß ich, die Kunden ins Annahme getündigt und haben gesagt, das muss jetzt toll werden und das ist unser neuer Betrieb. Und da war auch viel Stolz dabei und Identifikation. Also das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich muss sagen, der Menschenschlag liegt mir. Es ist zweite Heimat für mich geworden. Und klar, man will sicher ein Geschäft machen. Das alles sicher auch will man nicht unter den Tisch kehren. Das ist ganz klar. Aber ich muss sagen, am Anfang wusste man noch gar nicht, was eigentlich auf uns zukommt. Wir haben gedacht, gut, vielleicht kann man mal die ein oder andere Gebrauchtwagen verkaufen. Aber ganz zuvor, muss ich sagen, haben wir eigentlich nicht mal so weit gedacht, sondern eigentlich die ersten Gedanken waren, wir helfen unseren neuen Kollegen. So mehr auf der betriebswirtschaftlichen Seite. Das war ja so zu der Zeit jetzt weniger das Thema. Dass man hier unter die Arme greift und gar nicht jetzt selber sich engagiert, sondern einfach den neuen Kollegen hilft. Aber über die Kontakte sind natürlich auch die Dinge dann entstanden, dass man eben doch gesagt hat, wir trauen uns da auch selber mit einzusteigen. Was auch ganz toll war, ist, dass es eigentlich zwischen den ostdeutschen und den westdeutschen Behinderten, ja, wir hatten die gleichen Probleme, wir hatten die gleichen Ziele, da gab es keinen Unterschied. Und wir haben gemeinsam gekämpft. Und das war, ich denke, das war immer ganz wichtig, weil immer noch gesagt wird, ja, es gibt einen Unterschied zwischen westdeutscher und ostdeutscher Gesellschaft und es gibt da immer noch Benachteiligungen. Ich weiß noch, als wir ankamen, waren ja die Erlanger schon da, weil wir halt durch die Bahn dann verspätet ankamen erst. Am Anfang hatten wir erst mal so ein grobes Meeting in einem großen Raum, wo ein Haufen Stühle waren. Und da war halt eine große Reihe, sag ich mal, wo man durchgehen konnte. Da heißt es links ein paar Stuhlreihen und rechts. Und da hat man schon gesehen, dass die Klassen schon noch absolut aufgeteilt waren. Also wir saßen alle rechts, die Erlanger alle links und halt noch ein paar links, wo dann Platz war. Und danach wurden wir in kleinere Gruppen einfach dann aufgeteilt und mit kleineren, sag ich mal, Kennenlernspielen. Und danach wurde so, sag ich mal, die Perlosverfahren zugeteilt, wer auf welchem Zimmer schläft. Und das wurde da dann schon recht gut durchgemischt. Und da hat man sich am ersten Tag damit schon kennengelernt. Also ich glaube, am ersten Abend hat man sich schon mit den Leuten im Zimmer gut verstanden. Und spätestens am zweiten Abend waren die Zimmer randvoll, manche Filme dann randvoll als Sammelpunkte, sag ich mal, wo sich alle getroffen haben. So, ich habe gesehen, wie die Jugendlichen miteinander agiert haben. Und was ich auch ganz toll fand, es war auch beim Essen oder bei der Zimmeraufteilung nicht so Erlanger, Jena oder Jenenser, sondern das war gemischt. Das hat funktioniert. Auch die Arbeitsgruppen waren gemischt. Und wer nicht gewusst hat, wer zu welcher Stadt gehört, der hat das gar nicht gemerkt. Es sei denn sein Mund aufgemacht am Dialekt. Also mich hat damals eine Schulkameradin darauf hingewiesen, ja, du bist ja hier nur auf der Schule, weil du ein Wessi-Professorenkind bist. Und andere Kinder würden hier gar nicht aufgenommen werden. Und das war für mich schon ein harter Schlag, weil ich das so als Elfjährige, denkt man ja, oder ich habe so nicht gedacht. Und mir wurde dann auch gesagt, ja, deine Eltern, die kommen hierher, kaufen die schönen Häuser weg von uns und haben die guten Jobs. Und da war schon viel, was mir so als Elfjährige entgegengekommen ist, wo ich mir natürlich auch sicher bin, dass sich meine Klassenkameraden sich das nicht selber überlegt haben, sondern das wird ja irgendwie über die Familie transportiert worden sein. Und das waren so Ressentiments, die kannte ich aus Franken, aus Erlangen nicht. Also da hatte niemand, oder zumindest wusste ich es nicht, eine gefestigte Meinung über Menschen in Thüringen. Also das habe ich dann erst später kennengelernt, auch eher von Leuten aus meiner Generation, dass es dann ich dann wiederum über sich, über mich lustig gemacht wurde, als Zonenbraut oder als Ossi-Frau oder sonstige Sachen. Ich habe quasi in Anführungsstrichen blöde Sprüche in beide Richtungen erlebt. Naja, es war schon erst mal ein Abtasten. Denn für uns gab es ja nun wieder viele neue Gebiete, die erobert werden mussten. Aber ich kann nur sagen, es war angenehm, mit den Erlangeren zusammen zu sein. Und das hat sich ja auch dann immer weiter intensiviert. Na ja, zur 1000-Jahr-Feier waren wir auch dort mit einer Ausstellung. Und da fragte die Karin, wolle da einen Tag eher kommen, um die Ausstellung aufzuhängen? Und da habe ich nur gesagt, nee, wieso? Das ist in zwei Stunden geschehen. Und da hat sie nur gelacht. Und wir sind dann hingefahren, kriegten dann also einen Raum angeboten, wo nicht diese Galerieleisten dran waren. Sondern wir mussten also tatsächlich Nägel in die Wand schlagen, um die Bilder aufzuhängen. Trotzdem, wir haben das zu zweit gemacht. Das war ruckzuck fertig. Und das war für die Erlanger irgendwie nicht zu begreifen. Naja, wir haben auf jeden Fall erst mal die Erlanger genutzt, um in Jena auch ein Tanzhaus zu gründen als Verein. Und haben uns Schützenhilfe geholt in der Beratung, also Versatzung. Und die hatten ja auch verschiedene Bereiche damals schon. Die hatten also auch schon zum Beispiel orientalischen Tanz, Flamengo. Das haben wir dann ja auch aufgenommen oder gelernt oder versucht zu lernen. Ja, also wir haben 2015 war das, glaube ich, haben wir eine E-Mail bekommen, unser Verein, ob wir Interesse haben an einem Tischtennis-Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft aus Jena. Und da habe ich gedacht, ja, Jena kenne ich sogar, weil mein Schwiegervater uns die Stadt schon mal gezeigt hat, weil er da herkommt. Und das ist doch bestimmt eine spannende Sache. Und ja, wir denken einfach, dass das eine gute Sache ist und erklärungsbereit damit zu machen. Ja, und dann kam der Kontakt zustande, per E-Mail erst mal alles. Und dann hieß es ja, am 3. Oktober soll das erste Freundschaftsspiel stattfinden bei uns. Und es kommen, ich glaube, zwölf Leute aus Jena mit so zwei Sechser-Mannschaften. Und genau, dann haben wir das erste Freundschaftsspiel gemacht. Und haben dann gleich gesagt, okay, bis nächstes Jahr in Jena. Da gibt es einen Chor, der passt genau zu euch. Und dann hat der Thomas Julich angerufen, und da war ich schon vorher im Hinterkopf, hatte ich das Thema schon. Und da haben wir uns sofort am Telefon gut verstanden. Und da habe ich gesagt, ich bin, wir sind auch sehr interessiert an einer Partnerschaft. Und ja, dann haben wir eben ausgemacht, wir treffen uns im April. Und so war es dann auch. Das war, wenn ich da jetzt dran denke, Sie sehen, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wie wir vom Kostbacher Stadel aus gesehen haben, dass sich eine Armada von Trabis mit blauer Dunstwolke dann uns genähert haben. Und ja, und dann, wie gesagt, vorhin habe ich schon den Reiz der ersten Begegnung. Wir wussten gar nicht, was auf uns, und die wussten auch nicht genau, was auf sie zukommt. Und dann haben wir uns im Kostbacher Stadel getroffen. Und das war die Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen. Das war der erste Streich. Und der zweite Streich war dann der Gegenbesuch im September 90. Ja, und da sind wir rübergefahren und haben dann am ersten Abend auf dem Fuchsturm, waren wir dann zusammen. Wir haben ein längeres Konzert gegeben dort. Und dann um 12 Uhr nachts sind wir alle aufstanden. Und ich habe vorher meine Leute verpflichtet, wir drängen uns mit dem Einigkeit und Rechten und Freiheit nicht auf. Wir singen das nicht, wenn die das nicht wollen. Ja, wenn die Ziegenhainer das nicht wollen. Aber um 12 Uhr nachts ist der Thomas Julich aufgestanden und jetzt müssen wir die Hymne singen, hat er gesagt. Und dann waren wir alle da gestanden und haben Tränen vergossen. Ich muss wirklich sagen. Ja, denn vor Jahren hätte es niemand geglaubt, dass so etwas möglich ist. Wir hatten jetzt in Herlangen einen Sitzbankradar. Das heißt, also unser Bestreben ist ja, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Senioren und Senioren zu stärken. Und so weit es geht, so weit es eine Kommune leisten kann, auch die Lebensbedingungen etwas zu verbessern. Und wir hatten jetzt Aktionen, dass viele Sitzbänke in der Stadt aufgestellt wurden. verschiedene Sitzhöhen mit und ohne Lehnen. Die werden sehr gut angenommen, auch von jungen Leuten. Und erhöhen halt die Mobilität der älteren Menschen, weil die sich dann besser ausruhen können. Und der Seniorenbeirat Jena möchte jetzt auch so ein Sitzbankradar machen. Da kann die Bevölkerung Vorschläge machen, wo eine Sitzbank hin soll. Ich hatte nämlich überlegt, man könnte eigentlich mit allen Partnerstädten, wir hatten damals acht Partnerstädte, könnte man mit dem Land, mit den vielen verschiedenen Ländern auf verschiedenen Kontinenten, mit der Schule so ein Märchen illustrieren, könnte das da malen lassen in dem entsprechenden Land. Jedes Land malt anders. In Mittelamerika, in St. Carlos, malt man anders als in Eskilstuna. Schweden. Es ist sehr, sehr ein Spiegelbild geworden der verschiedenen Länder. Und ich dachte, erst mal ausprobieren. Du kannst ja nicht so ein großes Projekt angehen, ohne das auszuprobieren. Wer ist am nächsten unsere liebe Partnerstadt Jena? Also zunächst mal würde ich sagen, dass Rituale unglaublich wichtig sind. Ich finde es gut, dass man eben am 3. Oktober genau diese Fahrt hat, weil man sich darauf auch verlassen kann und einfach weiß, das findet statt. Und selbst wenn man es das ganze Jahr lang nicht auf dem Schirm hat, da ist es. Und das kann man machen. Und das finde ich auch wichtig, dass es aufrechterhalten wird. Für junge Leute, soweit ich das noch aus eigener Erfahrung kenne, für die ist Jena, Erfurt, Leipzig, Dresden heute eine ganz normale deutsche Stadt. Die gehen hierher zum Studieren, statt nach Hamburg oder Köln oder München oder irgendwas. Für die ist das durchaus attraktiv heute. Es gibt in Dresden eine eigene Erlanger Community von Studenten. Das ist doch toll, sowas. Und ich habe auch ehemalige Schüler, die hier in Jena studiert haben. Also für die ist das kein Ost-West-Denken oder DDR-Geschichte mehr. Das ist für die alles längst weg, weil sie damals noch gar nicht auf der Welt waren. Oder Kleinkinder. Und das finde ich eine schöne Entwicklung, dass die Jungen da vollkommen zwanglos mit umgehen, dass sie sagen, ja, ich gehe nach Jena oder ich gehe nach Leipzig. Anfang der 90er Jahre war das noch anders. Da hieß es, was will ich da oder was soll ich da? Also insofern denke ich, dass eine Kommune doch ein Interesse haben sollte, als erstes, wenn sie Städtepartnerschaften hat, dass es auch eine Möglichkeit gibt, wie junge Menschen das pflegen, wie junge Menschen dazu Bezug finden. Und wie finde ich die Jugendlichen? Was sind denn ihre Interessen? Das kann sicherlich nicht ein Oberbürgermeister machen. Dazu braucht es die Sozialarbeiterin in dieser Stadt. Egal jetzt auf ein freier Träger oder ein kommunaler Träger, das spielt ja gar keine Rolle. Aber die Unterstützung der Stadt muss da sein, sprich in Form von Geld und natürlich auch einer gewissen Lobbyarbeit in dieser Richtung. Wenn ich das jetzt übertrage, zum Beispiel auf meine eigenen Kinder oder warum und weshalb, dann muss ich sehr viel erklären. Junge Leute, die jetzt in diesen Jahren geboren werden, da ist das alles Historie weit weg. Aber wir haben es eben selbst erlebt und wir waren hautnah dabei und da ist man immer anders und muss jetzt versuchen, sich auf die neue Zeit einzustellen. Wie ticken die jungen Leute jetzt? Wie muss ich das umsetzen? Kann ich da schon im Studium was machen? In der Vereinslandschaft muss ich was verändern, um die jungen Leute auch mitzunehmen. Wenn ich jetzt einen Ruderwettbewerb da in Erlangen habe, ja, da muss ich nicht nur sagen, ja, das ist nur ein Verein, sondern das hat Historie, da müssen wir dran arbeiten und so weiter. Und dann, ich erlebe es ja auch sehr oft, naja, ihr Alten, naja, ihr, hm, ich weiß noch nicht, wie man es am besten hinkriegt. Wir waren auch dort beim Oberbürgermeister und selbst der Oberbürgermeister von Erlangen stellte an die Jugendlichen die Frage, hat es denn überhaupt in der heutigen Zeit nach der deutschen Einheit, 30 Jahre danach, noch Sinn und Zweck, eine Partnerschaft zwischen zwei deutschen Städten zu haben. Die Kinder, ich sage immer, die Kinder, die Jugendlichen haben auch im Nachgang tüchtig darüber diskutiert. Sicherlich war der Sinn dieser Städtepartnerschaft ein anderer, als es heute vielleicht ist. Aber ich denke, ein kultureller, ein sportlicher, ein gesellschaftlicher Austausch, der lohnt sich immer, egal wo diese Partnerstadt ist.